Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Murdered Soul Suspect. So, ich gehe jetzt erstmal kurz nochmal mit ihm hier wieder zurück. Ich möchte mich nämlich eigentlich schon noch im Eingangsraum, gab es eine Treppe nach oben. Da möchte ich mich erst noch kurz umsehen. So. So, schauen wir doch mal ganz kurz. Mich wundert aber, dass sich gerade hier in der Kirche so viele Dämonen befinden. Das ist etwas beunruhigend, wenn ich ehrlich bin. Ein wenig, minimal. Achso, hier geht es natürlich nicht weiter. Na, ist eh klar. Das ist natürlich klar. Was gibt es denn da hinten cooles? Mist, da müsste ich eigentlich noch hin. Verdammt. Ey, eine Plakette. Ich glaube, da hinten war nämlich dann auch noch eine Orgelwidmung. So, da kann man den kurzen Weg nehmen. Und dann geht es weiter. Dann schauen wir uns da hinten um und dann schauen wir, dass wir die Katze suchen. Das kleine Mieze-Kätzchen. Das kleine Mieze-Kätzchen. Komisch. Woran liegt das wohl? So, erst schaue ich mich hier hinten noch mal ein bisschen um. Halt, da ist was. Nur eine Säge. Jawohl. Nur noch sechs mehr. Junge, aber seine Familie macht mir Sorgen. Naja. Hm. Was haben wir hier? Nach oben. Wo darf es denn hingehen? Hey, Katze! Mieze-Katze. Die brauchen wir dann. Okay, da ist halt einfach mal Ende. Ich möchte aber keine von diesen Sägen nämlich übersehen. Gibt so viele Räume schon wieder. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Da ist noch eine Säge. Sehr schön. Fehlen nur noch fünf. Ey, ohne Scheiß. Das Zurückblick macht mich wahnsinnig. Ich meine, das Spiel kann doch keine hohen Grafik-Anforderungen haben eigentlich. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Oh, shit. Alter. Da war ja so ein Mistvieh. What the fuck? Ernsthaft? Kann doch nicht dein Ernst sein. So, Freundchen. Jetzt gehst du down. Ich finde ja gut, dass die nichts davon mitbekommt. Halt einfach mal gar nichts. So, hier ist die Küche wieder. In meiner Küche wird es nicht passiert. Was? Was denn? Ich meine nicht nur die Person. Sie war. Er ist tausende von Kilometern gerade sicher. Seines Lebens zu treffen, die in der Gleitung war die ganzen vier Jahre. Okay. Schau ich mich lieber hier doch noch ein bisschen um. Ah, hier gibt es doch mal so ein... Achso, hier habe ich noch so eine Säge gefunden gerade. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hier gibt es jetzt gerade aber erstmal... ...nix mehr. Ich kann mir nur Gedanken lesen. Das hat mir bis jetzt eigentlich nichts wirklich gebracht. Alter, wenn ich das gemacht habe, wollte ich gerade noch sagen... Salve, Bitch. Oh, oh. Gefällt mir nicht, das Geräusch. Pfarrhauswidmung. So, da geht es mal nicht raus. So, hier war ich vor allem mal ganz kurz. Da war ich aber mehr oder weniger auf der Flucht. Eher mehr als weniger. Okay, nee, das hilft mir auch nichts. Ähm... Ähm... Da gab es noch was. Okay, nein, da gibt es nichts. I fucking got it. Okay, dann würde ich sagen... Wo ist das Mietze... Oh, nein, nicht schon wieder. Fuck, Alter, ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe. So, da ist das Mietze-Kätzchen. Die Katze. Achso, ja, das wissen wir doch schon. Wir kehren uns doch mit der Katze schon voll aus. Warte mal, da hinten war die Tür offen vorhin. Raus, Katze, raus hier. So, genau, da geht's. Hopp. Komm. Hopp. Sag mal. Verarscht mich doch, oder? Oh, nein. Jetzt. Jawohl. Jawohl. Okay, jetzt geht's dann da oben lang. Ah, durch den Lüftungsschacht. Sehr cool. So, was haben wir denn hier? Da wollen wir nicht raus. Dann gehen wir mal eins weiter. Habe ich da gerade irgendwas Gutes gesehen gehabt? Ernsthaft? Ist jetzt hier wirklich Schluss? Ich fühl mich verarscht. Ah, da geht's raus. Sehr schön. So, ich muss jetzt nur irgendwie... hoch. Jawohl. Na dann. Kommt die da hoch? Hehehehe. Als ob die da hochkommen würde. Jetzt mal... Ernsthaft. Meow. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Sehr schön. Puh. Nice. Hopp. Ähm. Wo muss ich denn hin? Achso, da oben muss ich ja hin. Das heißt, genau, da rauf. Jawohl. Und da sind wir auch schon drin. Nice. Ziel erfüllt. Gelange auf den Dachboden. Okay. Ah, deswegen. Nach oben. Genau, natürlich nach oben. So. Katze, darfst du dir deiner Wege gehen. Die wundert sich jetzt, wie sie hier hochgekommen ist. Und warum sie hier hochgekommen ist. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Ich muss rausführen, was die Zeugin weiß. Einfluss. Okay, das lassen wir jetzt gerade mal noch. Schauen wir uns jetzt hier erstmal etwas um. Vielleicht finden wir hier oben ja irgendwas. Was uns weiterhilft. So. Oh, es fehlt nur noch eins. Geil, 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 geil. So. Das muss ich jetzt noch finden. Definitiv. Ohne gehe ich nicht. Ohne gehe ich auf keinen Fall. Enthüllen. Oh. Geisterhafte Bilder. Okay. Ach, da geht's nicht durch. Okay. Hey, ja, I got it. I fucking got it. Ich suche noch einmal so eine Säge. Ach, die Katze hat sich jetzt hier einfach bequem gemacht. Wenn ich schon da bin, denkt sie sich. Wie Katzen halt so sind. Ach komm, habe ich schon wieder eins irgendwo übersehen? Das nervt mich schon wieder. Okay, versuchen wir es doch einfach mal. Was würde es dir an den Glockenmörder denken lassen? Na ja, der suchende Mörder zum Beispiel. Aus, aus meinem Kopf. Verdammt, wenn du nochmal von mir Besitzer greifst, dann, dann, du hast kein Recht, deine ungeklärten Sachen bei mir anzuladen. Warte mal, ich jage meinen Mörder, okay? Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn... Sekunde mal. Du, du kannst mich sehen und hören? Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich hab grad die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Kops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein, kein Privileg, sondern ne Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Ja, ja, schon klar. Du bist tough, okay. Aber du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist hinter dir her oder jemandem aus deinem Umfeld. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten. Hör mal, es tut mir leid. Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? Ich muss herausfinden, was die Zeugin weiß. Warum sollte der Mörder nach dir suchen? Ich wurde ermordet, als ich diesem Hurensohn zu deiner Wohnung folgte. Also, warum würde er nach dir suchen wollen? Dieser Irre hat wahrscheinlich meine Mom gesucht. Und nicht mich. Ich bin ein Niemand. Unsichtbar. Meine Mom und ich haben uns bemüht, damit das so bleibt. Nicht jeder will bemerkt werden, weißt du? Okay. Er hat deine Mom gesucht? Hat deine Mom gesucht? Was soll das heißen? Sie ist wie ich. Aber sie hat es trotz ihrer Gabe geschafft, ein anständiges Leben zu führen. Das hat sie vermutlich zu einem Ziel gemacht. Okay. Kennst du den Mörder? Erstmal, wo ist deine Mom? Wo ist deine Mom, Kleine? Vermutlich tot. Sie würde mich nie verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Nie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Doch der Glockenmörder hat was mit ihrem Verschwinden zu tun. Dass er heute Nacht aufgetaucht ist, beweist das. Okay. Wenn er sie umgebracht hat, warum sollte er in ihre Wohnung zurückkehren? Keine Ahnung. Das Schlimmste anzunehmen hat noch nie geholfen. Was meinst du mit anständiges Leben? Anständiges Leben? Ja. Hey, du kennst sie vielleicht. Sie hat mit den Cops am Glockenmörderfall gearbeitet. Als angestelltes Medium. Als Profilerin. Sorry, Kleine. Da klingelt bei mir nichts. Das habe ich in der Wohnung gefunden. Erwähnt was über irgendein Buch zum Glockenmörder. Und es ist ihre Handschrift. Buch zum Glockenmörder. Wenn sie Profilerin war, ist das wohl das Buch, an dem sie ihre Notizen zum Fall hat. Sollte im Revier sein. Echt? Warum lebst du nicht dort? Warum lebst du nicht dort? Wegen Leuten wie dir, die einen ständig um Hilfe bitten. Die versuchen ein letztes Mal Kontakt mit geliebten Menschen aufzunehmen oder ein verrücktes Problem lösen wollen. Ich liebe meine Mom. Aber ich kann nie lange an einem Ort bleiben. Sonst finden mich Leute wie du zu leicht. Sollte es heißen. Ich war auch nicht oft zu Hause, als ich aufwuchs. Ich weiß, es ist hart. Warum warst du heute Nacht in der Wohnung? Okay, okay. Was hast du in deiner Wohnung gemacht? Ich wohne da, Sherlock. Oder Tartis, was auch immer. Meine Mutter wird seit ein paar Tagen vermisst. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie verschwindet nie einfach. Nicht so. Kennst du den Mörder? Hast du meinen Mörder vor heute Nacht schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung, wer er ist? Ihr Cops habt so wenig Hinweise, dass ihr wahllos Leute fragt, ob sie wissen, wer der Mörder ist? Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Hilfe braucht. Ich frage keine Leute. Ich frage die Zeugen, deren Leben ich gerettet habe. Du bist allein nicht sicher. Jemand muss auf dich aufpassen. Wir Cops finden Vermisste. Ich habe dich gefunden und ich kann dir auch helfen, deine Mom zu finden. Dein Problem ist jetzt auch mein Problem. Keine Chance. Versteh mich nicht falsch. Du hast mein Leben gerettet und das kann ich nie wieder gut machen, aber deine Probleme sind deine. Meine sind meine. Da sind sie. Viel Glück, wirst du es brauchen. Viel Spaß im Jenseits. Warte mal. Geh noch nicht. Warte mal eine Sekunde, ja? Hör zu, es geht auch um deine Mutter. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Was kannst du schon ausrichten? Du bist tot. Ich komm klar. Lass mich in Ruhe! Alter. Ich wette, sie weiß noch mehr. Sie darf nicht abhauen. Es muss einen anderen Weg nach unten geben. Finde raus, was die Zeugin weiß. Okay, spüre die Zeugin auf. Ich darf die Zeugin nicht aus den Augen verlieren. Nur sie kann mir helfen, den Glockenmörder zu finden. Oh. Ich hätte auch ganz gern immer noch den... Diese letzte Säge, diese Verfluchte. Ich muss sie finden. Hier oben ist sie nicht. Leider. Unser Miezekätzchen ist noch da. Das ist dann wohl auch unsere Fahrkarte nach unten, sage ich mal. Meow. So, wie komme ich jetzt mit dir hier wieder raus? Da ist offen. Okay. So, aber warte mal. Wo ist dieses... Verfluchte... Letzte... Sägeblatt? Oh. Da geht's nicht rein. Da geht's wahrscheinlich auch nicht rein. Nee. Okay, Miezekätzchen. Du musst doch noch mal herhalten. Oh. Ich bin ein Idiot. Hier geht's rein. Hehe. So, Freunde. Wo ist dieses... Verfluchte... Letzte... Sägeblatt? Sollte doch wohl möglich sein, das zu finden. Pst. Hör auf, weh zu machen. Machst mich wahnsinnig. Au. Moin. Falsche Taste gedrückt. Ist schlecht. Hör auf, weh zu machen. Hey. Spannend. Sehr spannend. Habe mal einmal... Einmal eine falsche Taste gedrückt. Dann war's schon vorbei. Okay. Da das... Äh... Scheinbar ein Checkpoint... ...gewesen zu sein scheint. Würde ich vorschlagen, dass wir die Folge an der Stelle jetzt hier auch beenden. Äh... Das letzte Sägeblatt und die Zeugen suchen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar da. Gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald. So, das war's. Es ist ein Erdbevalt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank.